Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Miriam Lorch Bewusstleben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute beginnen wir mit einer Miniserie, mit einer zweiteiligen Serie zum Thema Aufstellungen, systemische Aufstellungen. Der Auftakt beginnt heute mit dem Thema Familie, Familienaufstellung, insbesondere dem Genogramm. Das heißt, wir werfen heute einen Blick auf das Familiensystem. Das ist sehr, sehr erkenntnisreich. Das ist immer Teil meiner Coaching-Prozesse, sich die Familie, Familienbeziehungen, Familiendynamiken anzuschauen. Es ist einfach mega spannend, mega interessant, erkenntnisreich. Das war auch das, was mir in meiner Entwicklung und Bewusstwerdung am meisten geholfen hat. Und da möchte ich heute gerne ein paar Informationen mit dir teilen, ein paar Impulse in dieses Thema einführen. Grundlage dieser Episode ist das Buch von Birgit Hickey. Ich werde es verlinken. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ihr Buch heißt Wie die Familie unser Leben bestimmt. Genogramm und systemische Aufstellungen, in Klammern Systemaufstellungen. Ein sehr, sehr gutes Buch. Ich habe es sehr genossen, das Buch zu lesen. Das war sehr erkenntnisreich, tiefgehend auf jeden Fall. Und daraus möchte ich einige Inhalte mit dir teilen, damit du eine Einführung erhältst in dieses Thema, dich damit vertraut machen kannst und dir dann, wenn du möchtest, wenn es dich ruft, dich gerne weiter, tiefer damit beschäftigen. Es ist wirklich ein großes Feld, was sich da auftut. Und das ist das, was wir heute vorhaben. Bevor wir jetzt beginnen mit den Inhalten, will ich dir sehr gerne einen Überblick geben. Wie immer habe ich alles strukturiert vorbereitet und die Inhalte, die ich aufbereitet habe, mag ich dir jetzt gerne einmal vorstellen. Und zwar beginnen wir mit einer Begriffsklärung. Das heißt, wir schauen uns genauer an, was ist denn eine systemische Aufstellung, was ist Familienstellen bzw. eine Familienaufstellung und was ist ein Genogramm. Das ist der erste Bereich der Begriffsklärung. Dann geht es weiter zu Analysefragen, die ich in dem Buch gefunden habe, die man zur familienbiografischen Genogrammanalyse, die Teil dessen sind, dabei herangezogen werden. Wir schauen uns dann anschließend Herkunfts- oder Gegenwartssysteme an. Sehr, sehr spannend. Dann als viertes Ziel und Wirkung von Systemaufstellungen, von Familienaufstellungen. Und als fünftes schauen wir uns an Stellvertretungsaufgaben. Also das sind jetzt vielleicht Begriffe, die für dich neu sind, noch nicht so geläufig sind. Ich werde das alles im Verlauf erklären. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit dem ersten Punkt. Steigen wir also ein mit den Begriffsklärungen. Und bevor wir uns jetzt anschauen, was eine systemische Aufstellung ist und all diese Dinge, die ich jetzt schon erwähnt habe, ist es sicherlich sinnvoll, ein, zwei Sätze darauf zu verwenden, was denn eigentlich Systemik ist. Und Systemik ist ein Denkmodell und eine Arbeitsweise, die Phänomene nicht isoliert betrachtet, sondern in ihren Zusammenhängen sieht. Und es geht darum, die Wechselwirkungen zwischen den, das ist ein bisschen technisch, den einzelnen Teilen eines Systems zu verstehen und zu berücksichtigen. Also die Systemik ist eine Grundlage oder das zugrunde liegende Denkmodell des systemischen Coachings, wonach ich ja auch arbeite und auch eine Ausbildung absolviert habe. Und wie gesagt, im systemischen Coaching, was auf der Systemik beruht, geht es eben darum, dass jeder Mensch Teil eines größeren Systems ist. Und was kann jetzt dieses System sein? Dieses System kann die Familie sein, das Arbeitsumfeld, soziale Beziehungen oder auch innere Prozesse. Das jetzt mal vornweggegeben, Systemik und systemisches Coaching. Und jetzt weißt du schon, ah, okay, systemische Aufstellung, ein System wird aufgestellt. Und dieser Begriff systemische Aufstellung ist ein Oberbegriff und bezieht sich auf jede Art von Aufstellung, unabhängig davon, welches System im Mittelpunkt steht. Das können ganz verschiedene Systeme sein, wie schon erwähnt, zum Beispiel die Familie, aber auch Organisationen oder Teams oder Paarbeziehungen oder auch körperliche Symptome. Darauf werde ich in der zweiten Episode dieser Serie eingehen. Da wird es um Krankheitsaufstellungen gehen. Wenn wir jetzt weiter schauen, was ist denn eigentlich Familienstellen oder Familienaufstellung? Ich verwende das jetzt hier synonym, diese Begriffe. Und die Familienaufstellung ist eine spezielle Form der systemischen Aufstellung, bei der die Beziehungen innerhalb einer Familie im Vordergrund stehen. Hierbei sind auf jeden Fall zwei Namen zu nennen oder zwei Namen sind damit verbunden. Das ist einmal Virginia Satir und Bert Hellinger. Bert Hellinger ist sehr bekannt in diesem Bereich oder in diesem Zusammenhang von Familienstellen. Deswegen will ich ihn und auch Virginia Satir auf jeden Fall nennen in diesem Zusammenhang. Okay, in sieben Meilenstiefeln geht es auch schon weiter. Was ist denn eigentlich ein Genogramm? Denn mit all den Aufstellungen, Familienaufstellungen geht ja heute der Fokus Richtung Genogramm. Dann ist natürlich auch sinnvoll zu erfahren oder mitzuteilen, was ist das denn eigentlich? Und ein Genogramm ist eine grafische Darstellung von Beziehungen und Strukturen innerhalb einer Familie. Im Wesentlichen ist es ein Stammbaum, aber dieses Genogramm geht darüber hinaus, über diese reine Aufzeichnung der Verwandtschaftsbeziehungen. Das heißt, was zeichnet denn jetzt eigentlich ein Genogramm aus? Dieses zeigt nicht nur, wer mit wem verwandt ist, sondern auch die Art der Beziehungen. Wenn du dir einen Stammbaum vorstellst, dann sind ja dort die reinen Verwandtschaftsbeziehungen aufgezeichnet und bei einem Genogramm geht es darüber hinaus. Da wird auch beschrieben die Art der Beziehungen. Also zum Beispiel, ist diese Beziehung eng, ist sie distanziert, ist sie konfliktreich? Es werden in diesem ganzen Familiensystem auch wichtige Ereignisse festgehalten. Zum Beispiel Todesfälle, Scheidungen, Krankheiten und auch, was Teil eines Genogramms sein kann, emotionale Aspekte. Also zum Beispiel Loyalitäten zwischen verschiedenen Menschen oder auch Konflikte. Das ist der Unterschied zu einem Stammbaum, der eben die reine Aufzeichnung von Verwandtschaftsbeziehungen wiedergibt. Und das Genogramm breitet das weiter aus und beschreibt auch die Art der Beziehungen. In einem Genogramm sind in der Regel mehrere Generationen einer Familie dargestellt, um wiederkehrende Muster und Einflüsse aus der Vergangenheit sichtbar zu machen. So ein Genogramm darf ja bei der Bewusstwerdung, bei der Selbsterkenntnis, bei der Bearbeitung von verschiedenen Herausforderungen und Thematiken, darf es ja unterstützen. Und da ist eben mega spannend aufzuzeichnen, ja, welche Muster und Einflüsse gibt es da aus der Vergangenheit oder auch, ja, wiederkehrende Muster und das kann in einem Genogramm dargestellt werden. Genogramme werden vor allem in der systemischen Therapie eingesetzt, da sie helfen, wie gerade eben schon erwähnt, die komplexen Zusammenhänge innerhalb einer Familie zu verstehen. Vielleicht hast du schon mal deinen Stammbaum selbst recherchiert, selbst aufgemalt, vielleicht gibt es in deiner Familie ein Stammbuch oder ähnliche Aufzeichnungen und dann siehst du ja schon, ja, je nachdem, wie weit dieser Stammbaum zurückreicht, wie viele Menschen zu einem Familiensystem gehören und wenn du dir da vorstellst, aha, und welche Art von Beziehungen hatten die Menschen und diese ganzen Leben, die da dargestellt sind in diesem Buch, auf diesem Papier und was die alles erlebt haben, wenn du dir selbst überlegst, was du in deinem Leben vielleicht schon alles erlebt hast und wie reichhaltig das ist und ja, was da alles so passiert ist in diesem Familiensystem. Also das ist wirklich mega, mega spannend, und das aufgezeichnet in einem Genogramm, da gibt es auch so explizite Symbole, die kann ich jetzt in dem Podcast nicht erklären und wiedergeben, vielleicht magst du das aber mal googeln, dass es da für jedes, also für Scheidungen, für Konflikte, für, ja, das Ehesymbol wirst du ja sicherlich kennen, die zwei Ringe, die ineinander verschlungen sind und so gibt es da ganz verschiedene Symbole, um die Arten der Beziehungen darzustellen. Manchmal ist das vielleicht gar nicht so ersichtlich, was da alles in so einem Familiensystem passieren kann, was da Teil eines Familiensystems sein kann. In dem Buch gibt es auch eine Checkliste und das sind so viele verschiedene Aspekte. Das war so interessant, das alles zu lesen. Also ich möchte mal so ein paar Impulse aus dieser Checkliste teilen. Also bei einer Recherche, Beschäftigung mit der eigenen Familie, also wie viele Geschwister und Halbgeschwister gibt es, ja, in welcher Reihenfolge sind diese Geschwister geboren, gibt es da Frühgeburten, gibt es früh verstorbene Menschen, zwischen Fehlgeburten, Abtreibungen. All das sind Themen, Elemente, Aspekte eines Genogramms, die dort eingezeichnet werden. Auch wann haben die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern geheiratet und wie alt waren sie bei dieser Heirat? Ja, wann haben sich Paare getrennt? Was war der Grund? Wer hat sich getrennt? Wer von wem? Mega spannend. Gab es vielleicht frühere Verbindungen, vielleicht große Lieben, vorherige verlobte oder aufgelöste Verlobungen? Also es kann so viele Aspekte beinhalten. Gab es vielleicht auch ungleiche Voraussetzungen bei den PartnerInnen in der Familie? Also zum Beispiel, was Besitz und Vermögen betrifft oder Ausbildung, ja Bildung ganz allgemein, vielleicht auch Religion und Nationalität. Gab es da Unterschiede, ungleiche Voraussetzungen? Gab es vielleicht, das ist sicherlich in früheren Generationen, ein wichtiges, ein bedeutendes Thema gewesen? Gibt es vor- oder nicht-eheliche Geburten? Gibt es Pflegeeltern? Gibt es Adoptionen in diesem Familiensystem? Ja, alles zum Thema auch Tod fließt mit ein, frühe Tode, ja, unter welchen Umständen gab es gewaltsame Tode, Selbstmord, Mord, Totschlag, vor allem für frühere Generationen auch Krieg? Ein wichtiges und bedeutendes Thema? War jemand Opfertäter oder Zeuge eines Verbrechens? Gibt es Gefängnisaufenthalte? Heimatverluste? Also was ich da alles gelesen habe, das hatte ich so alles gar nicht auf dem Schirm und wie tief das geht und was da alles mit rein spielt, wenn man wirklich so ganz tief geht in diese Analyse und was da alles abgefragt werden kann, das fand ich sehr, sehr spannend. Dann möchte ich gerne zum zweiten Punkt weitergehen, zu den Analysefragen in einer, jetzt ein bisschen sperrig, aber irgendwie ist es auch sexy, Familienbiografischen Genogrammanalyse. Da gibt es viele Analysefragen, weil, wie ich schon erwähnt habe, vorher mit diesem systemischen Ansatz, da geht es ja durch diese ganze Arbeit, durch diese Analyse geht es ja darum, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, darzustellen, zu begreifen und wann machen Menschen eine solche Analyse oder suchen einen Menschen auf, mit dem man das in Zusammenarbeit machen kann, der da anleitet, der da unterstützt, der da eine Expertise hat. Das sind ja häufig Situationen, ja, Lebenssituationen, die gewisse Herausforderungen mit sich bringen oder, ja, gewisse Probleme, Schwierigkeiten, wo sich ein Mensch entscheidet, ja, da möchte ich jetzt genauer hinschauen, da möchte ich jetzt tiefer hinschauen, da möchte ich mich begleiten lassen und da möchte ich gerne drei Fragen mitbringen, mit dir teilen, denn allein diese Fragen sind schon mega spannend. Also ich liebe ja gute Fragen, deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, 50 Fragen, die mein Leben verändert haben. Also die erste Frage, die in einer solchen Analyse, in einer systemischen Therapie, in einem systemischen Coaching, in einer solchen Genogrammanalyse gestellt werden kann, ist, warum hat die betreffende Person gerade jetzt, Betonung auf gerade jetzt, in diesem Lebensalter das Problem beziehungsweise dieses Symptom. Warum gerade jetzt? Dann als zweite Frage, warum gerade so mit dieser Problematik, Symptomatik? Es gibt ja so viele Dinge, die auftauchen können, erscheinen können. Warum gerade so? Warum zeigt sich das Problem gerade so, wie es sich zeigt? Und drittens, warum gerade hier an diesem Platz, zum Beispiel in der Geschwisterreihe, im Familiensystem, warum gerade hier in diesem System? Da kommen wir später auch noch zu bei den Stellvertretungsaufgaben. Da geht es nochmal tiefer, gerade eben bei der dritten Frage, warum gerade eben an diesem Platz? Das waren jetzt erst einmal diese drei Fragen, die für mich in besonderer Art und Weise herausgestochen sind, die ich jetzt hier teilen möchte. Dann würde ich gerne weitergehen zum dritten Punkt, zum Herkunfts- oder Gegenwartssystem. So, mit diesen Begriffen, die möchte ich gerne erklären. Für mich waren sie am Anfang auch neu und möchte gerne mit dem Herkunftssystem beginnen. Und bei diesem Herkunftssystem handelt es sich um das Familiensystem, in das jeder Mensch hineingeboren wird. Hineingeboren ist hier unterstrichen. Herkunftssystem, das Familiensystem, in das jeder Mensch hineingeboren wird. Es nimmt die vertikale, also die transgenerationale Ebene in den Blick. Also vertikal, vertikal, senkrecht. Zurück hin zu den Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Das ist die transgenerationale Ebene. Wenn du dir jetzt einen Stammbaum vorstellen magst, da gehören, wie gesagt, auch Geschwister dazu, lebend Verstorbene, Halbstiefgeschwister, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Halb- und Stiefgeschwister, auch Frühtod, Fehlgeburden und Abtreibungen. Also es ist wirklich, es differenziert sich so stark aus und so viele Aspekte fließen damit ein. Das war für mich echt ein Augenöffner, wie tief diese Analyse geht, diese familiensystemische Therapie, familiensystemische Betrachtungsweise. Das war wirklich sehr interessant. Und was da auch noch mit dazu gehört, sind nichtverwandte Personen, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Also zum Beispiel frühere PartnerInnen der Eltern oder der Großeltern oder Urgroßeltern. Da gehören auch dazu Personen, die zum Beispiel zum Überleben einer Person oder zur Rettung einer Person beigetragen haben oder die vielleicht auch Unternehmen, Betriebe, einen Familienbetrieb gerettet haben, zur Rettung beigetragen haben. Auch gehören dazu ausgeschlossene und unbekannte Personen, die dem System geschadet haben. Also zum Beispiel ein Mörder. Jemand, der jemanden aus dem System umgebracht hat, ist auch Teil dieses Systems, ausgeschlossene, unbekannte Personen. Also es ist wirklich so weitreichend, was da alles dazugehört zu dem Herkunftssystem. Dann schauen wir uns das Gegenwartssystem an. Und das bezieht sich auf die horizontale beziehungsweise intragenerationale Ebene. Und dieses System gründet man selbst. Das Gegenwartssystem gründet Mensch selbst. Es bezieht sich auf die horizontale, auf die intragenerationale Ebene. Und dazu zählen jetzige Partner, PartnerInnen, frühere, spätere PartnerInnen, Kinder, Stiefkinder, auch in Anführungsstrichen verlorengegangene Kinder, also Fehlgeburten, Todgeburten, Abtreibungen und Personen, die derzeit im Umfeld der betreffenden Person, also die Person, die eine Beratung, eine Therapie, eine Analyse in Anspruch nimmt, die jetzt aktuell wichtig sind. Dann möchte ich gerne weitergehen zum vierten Punkt, Ziel und Wirkung einer solchen systemischen Familienaufstellung, einer solchen Genogrammanalyse. Ich hatte ja schon kurz angerissen, warum kommen Menschen in eine systemische Beratung, systemische Therapie, Familienanalyse, Aufstellung. Da ist ja oft damit verbunden, dass es gerade eben Schwierigkeiten gibt, Herausforderungen, die aktuelle Lebenssituation vielleicht als belastend erlebt wird. Und da ist dann natürlich die Frage, okay, was ist Ziel und Wirkung einer solchen Analyse? Das wird sicherlich mit der Familie zusammenhängen oder die Person ahnt, dass es dort Zusammenhänge geben könnte. Es gibt ja auch viele Familiensysteme, in denen es sehr viele Geheimnisse gibt, sehr viele, ja vielleicht auch Ungereimtheiten oder Unklarheiten, Dinge, die im Verborgenen bleiben sollen, über die man nicht spricht, nicht sprechen soll. Also Familiengeheimnisse sind oftmals ein großes Thema, können auch eine große Belastung darstellen. Wenn auch Informationen vielleicht zurückgehalten werden, vorenthalten werden, bewusst oder unbewusst, wenn da einfach viele Fragen in einem Menschen sind. Dazu habe ich auch einen interessanten Blogartikel geschrieben zum Thema Familiengeheimnisse, den kann ich auch gerne verlinken. Also das Ziel einer solchen Analyse ist es, allen, die zum System dazugehören, in zeitlicher Ordnung und dem Geschlecht und dem Geschlecht entsprechend einen Platz zu geben. Also alle Mitglieder dieser Familie, die da dazugehören, ja das können ja eben auch Menschen sein, die jetzt aktuell wichtig sind, die aber nicht verwandt sind, und dass diese Menschen, die zum System dazugehören, in zeitlicher Ordnung und dem Geschlecht entsprechend einen Platz oder ihren Platz bekommen. Und das Thema Geschlecht, ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Jetzt hier in der weiteren Folge werde ich oder im Buch wird auch von männlich-weiblich gesprochen, unterschieden. Mir ist bewusst, dass es mehr als das männliche und weibliche Geschlecht gibt. Ich will jetzt einfach den Ausführungen im Buch folgen. Bei dieser Einordnung, da wird besonderes Augenmerk auf, ich habe jetzt mal drei Punkte herausgegriffen, gelegt, zum einen auf sich wiederholende Beziehungsmuster, das hatte ich ja auch schon erwähnt, bei einer solch umfassenden Analyse, aha, was wiederholt sich denn zwischen den Generationen oder innerhalb der Generation, ja, also auf der vertikalen, auf der horizontalen Ebene in diesem Familiensystem, was kann da beobachtet werden, was kann da herausgearbeitet werden, welche Zusammenhänge können dahingehend erkannt werden, dann auch Stellvertretungsaufgaben, dazu kommen wir gleich im nächsten Punkt, und auch einschneidende Erlebnisse. Darauf wird besonderes Augenmerk gelebt, gelegt, in Hinblick auf, was soll denn diese systemische Aufstellung bringen, natürlich Klarheit, eine neue Perspektive, eine erweiterte Perspektive, um daraus wirklich für sich das Leben zu verbessern und einfach neue Wege für sich zu entwickeln und zu erkennen und sich auch aus so alten Verstrickungen, Verkrustungen und Verklebungen zu lösen. Und das schreibt die Autorin auch in dem Buch und sie formuliert das auch wieder sehr interessant, wenn die Klientin die problemunterhaltenden Schicksalsbindungen aufdeckt. Da bin ich wirklich drüber gestolpert. Wenn die Klientin die problemunterhaltenden Schicksalsbindungen aufdeckt und löst, das ist natürlich, was heißt natürlich, aber das wird Teil dieser Arbeit sein, dann vergrößert sich die Chance, dass sie ihren ureigenen, in Anführungsstrichen richtigen und stärkenden Platz im System unbelastet einnehmen kann und darf. Denn oftmals ist es ein Thema von Menschen, dass sie sich, es heißt ja auch, fehl am Platz fühlen, das Gefühl haben, irgendwas stimmt hier nicht und irgendwas ist hier nicht richtig in diesem System und ich gehöre vielleicht nicht dazu oder irgendwas ist hier komisch. Da gibt es ja eben auch verschiedene Rollen in Familien, also zum Beispiel auch das schwarze Schaf, andere Rollenzuschreibungen und wo ist da eigentlich mein Platz in diesem System und das ist Teil dieser Arbeit. Dann möchte ich gerne zum fünften und letzten Punkt übergehen und zwar zu den Stellvertretungsaufgaben. Da möchte ich gerne auch wieder aus dem Buch zitieren und zwar der familiensystemisch-biografische Ansatz geht davon aus, dass Krankheiten, Symptome und andere Probleme des privaten und beruflichen Lebens ausgelöst und unterhalten werden können durch Bindungen zu unerledigten, unbearbeiteten Schicksalen und ungelebten Leben von Personen im Familiensystem. Ja, also das ist das, was mit dazu beiträgt, dass eben durch Bindungen, durch unerledigte Schicksale, unbearbeitete Schicksale, ungelebte Leben von Personen in diesem Familiensystem, dass dadurch verschiedene Symptome und Probleme ausgelöst und unterhalten werden können. Das ist mega spannend und die Arbeit mit der eigenen Familie in dieser Hinsicht ist einfach super erkenntnisreich, augenöffnend. Insgesamt die Beschäftigung mit der eigenen Familie ist sehr, sehr erkenntnisreich. Biografie, Arbeit und andere Ansätze, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, sich das so vor Augen zu führen und dadurch ja, Themen, Problematiken aufzulösen, Lösungsräume zu schaffen, neue Perspektiven zu schaffen, das ist einfach so, so hilfreich. Genau. Und Schicksalsbindungen lassen sich als unbewusste Ausgleichsbewegungen, so wird das formuliert, Ausgleichsbewegungen sehen, die in der jeweiligen Symptomatik beziehungsweise Thematik zum Ausdruck kommen können. Schicksalsbindungen lassen sich als unbewusste Ausgleichsbewegungen sehen. Und diese Ausgleichsbewegungen bestehen typischerweise zu Themen in der eigenen persönlichen Vor- und Lebensgeschichte, also der eigenen persönlichen Lebensgeschichte. Dann als zweites, sie können bestehen zu Themen in der eigenen Familiengeschichte, also Herkunfts- und Gegenwartsfamilie, sie können bestehen in der Vor- und Familiengeschichte des Partners, der Partnerin, und oder viertens, sie können bestehen zu Themen in der beruflichen Umgebung. Das sind vier Bereiche, die unterschieden werden in diesem Buch und unbewältigte Schicksale führen zu Einschnitten, sie führen zu Bruchstellen im Familiensystem und diese können der Ausgangspunkt sein oder den Ausgangspunkt darstellen für Aufgaben, die zum Beispiel später Geborene im Familiensystem unbewusst und stellvertretend übernehmen. Das sind die sogenannten Stellvertreteraufgaben. Also eben durch diese Einschnitte, diese Bruchstellen im Familiensystem, die können Ausgangspunkte darstellen für Aufgaben, die Später Geborene im Familiensystem unbewusst oder stellvertretend übernehmen. Wichtig ist an dieser Stelle auch zu betonen, dass Stellvertreteraufgaben sowohl im negativen als auch im positiven Sinne übernommen werden können. Das nur als kleiner Einschub. Und wie weiter ausgeführt wird, da sind wir eben wieder bei der zeitlichen Ordnung und den Geschlechter entsprechend, dass Mädchen vertreten weibliche Familienmitglieder und Jungen vertreten männliche Familienmitglieder. Und ein Einzelkind übernimmt alle Stellvertretungsaufgaben, bekommt aber auch all die Bedeutung und Aufmerksamkeit der Familie. Und mögliche Funktionen einer Frau, die stellvertretend übernommen werden können, sind die als Tochter, als Schwester, als Partnerin, und mögliche Funktionen eines Mannes, die stellvertretend übernommen werden können, sind die als Sohn, Bruder, Partner, Vater. Jetzt möchte ich noch zum Schluss darauf eingehen, zur Stellvertretungsordnung. Weil es gibt eben, wenn es Geschwister gibt, werden die ja zeitlich nacheinander geboren. Und das Ganze ist auch gar nicht so trivial. Also da habe ich echt so mitdenken müssen, okay, was und wie und wo. Und die Zeichnungen im Buch haben das nochmal veranschaulicht, verdeutlicht. Also ich versuche das so gut es geht hier in diesem Podcast zu übermitteln. Gleichzeitig die Empfehlung, wenn es dich ruft und du dich intensiver damit beschäftigen möchtest, gerne, gerne in das Buch reinzuschauen. Da gibt es ganz tolle Grafiken, die das nochmal verdeutlichen. Und da wird auch nochmal klar, wie groß der Wert ist und wie hilfreich das ist, da jemanden an der Seite zu haben, der da wirklich ein Experte, eine Expertin ist und dich da wirklich gut begleiten kann und all das, was ich jetzt hier wirklich sehr sehr verkürzt darstelle, ganz tief verinnerlicht hat und dich da gut durch diesen Prozess begleiten kann. Auf Auf jeden Fall zur Stellvertretungsordnung dass erste Söhne bzw. erste Töchter typischerweise Stellvertretungsaufgaben übernehmen auf der Ebene der Großeltern. Erste Söhne, erste Tochter, Ebene der Großeltern. Zweite Söhne bzw. Töchter übernehmen typischerweise Stellvertretungsaufgaben auf der Ebene der Eltern. Also der Eltern selbst oder deren Geschwister und oder vorige und spätere Partner, PartnerInnen. Also da siehst du, wie weit sich das ausdifferenziert. Und dann dritte Kinder arbeiten häufig das auf, was bei den Eltern in deren Herkunftssystem offen geblieben ist. Und wichtig ist hier, wie in der Geschwisterreihenfolge gezählt wird. Denn gezählt werden alle Kinder in der zeitlichen Reihenfolge. Also gehören da auch Fehlgeburten mit dazu. Also wenn es eine erste Tochter gibt, dann gibt es eine Fehlgeburt und dann gibt es eine zweite Tochter. Dann wäre die zweite Tochter nicht die zweite Tochter, sondern die dritte Tochter, weil es zwischendrin eine Fehlgeburt gab. Also es werden alle Kinder in der zeitlichen Reihenfolge gezählt. Also du siehst, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, es ist wirklich erforderlich, aha, okay, da wirklich mitzudenken. Visualisierungen sind da sicherlich sehr, sehr hilfreich. Und wie gesagt, das ist hier nur ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt, eine Einführung in diese Thematik. Dann möchte ich sehr gerne kurz rekapitulieren, was wir uns angeschaut haben. Also als erstes ging es um Begriffsklärungen, Begriffsbestimmungen, es ging um Systemik, systemisches Coaching, systemische Aufstellung, Familienaufstellung und das Genogramm. Und das Genogramm ist ja die Grundlage dieser Episode beziehungsweise ein Großteil des Buches von Birgit Hickey. und dann als zweites haben wir uns Analysefragen angeschaut, die bei einer solchen Genogrammanalyse wertvoll und wichtig sind. Dann haben wir uns das Herkunfts- oder Gegenwartssystem angeschaut, also die vertikale und horizontale Ebene in einem Familiensystem. Dann Ziel und Wirkung einer solchen Arbeit, einer solchen systemischen Bearbeitung, Familienaufstellung und dann der letzte Punkt, Stellvertretungsaufgaben, wer übernimmt was? Also wirklich so, so spannend, so, so spannend und es ist wirklich, in dem Buch ist es alles so toll und so ausführlich erklärt. Es gibt natürlich noch viele andere Bücher. Insgesamt ist die Beschäftigung mit der eigenen Familie, mit dem eigenen Familiensystem super, super wertvoll für einen selbst, sich selbst besser zu verstehen, die eigene Familie besser zu verstehen und sehr, sehr unterstützend eigene Herausforderungen und Schwierigkeiten zu bearbeiten, neue Perspektiven, neue Lösungsräume zu eröffnen. Also das mag ich dir wirklich sehr gerne ans Herz legen, dich damit zu beschäftigen. Gut, dann sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich, dass du jetzt bis zum Schluss zugehört hast. Ich denke, dass du da wirklich super viel für dich mitnehmen kannst, dass es jetzt im Kopf rattert, dass da einiges angestoßen wurde. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns in einer neuen Episode wiederhören und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Alles Gute.